hallo 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 hier ist wieder shogi banoki new television mit daily deiner tagesdosis angeber wissen ich bin der saschi und das ist der daniel und wir haben heute den 20. september und am 20 september haben wir auch ein berühmtes geburtstagskind und das kennen wir alle das ganz neuesten ja julian draxler ach du liebe gott ist gut doch geht so ne julian draxler ist 1993 geboren also noch ein junges küken eigentlich ja es heißt hier drin es heißt mit dem ganzen licht und sowas hier im studio ist so warm voll abschwitzt mich schon wieder zur flasche zu greifen ja 20 september und am 20 september ist auch noch was passiert das hast du auf der pfanne ja und zwar der französische verteidigungsminister charles herrnü 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 tritt wegen der versenkung des greenpeace schiffs rainbow warrior zurück ach so die geschichte vom französischen geheimnis geheimdienst ist es veranlasst worden dabei ist leider gottes eine auch ins leben gekommen und danach musste seine koffer packen aber hat das der französische geheimdienst mittlerweile zugegeben die beweise sind frappierend okay nicht viel drum herum zu reden am 20 september ist auch ein film in die deutschen kinos gekommen und das war die birds die vögel halfred hitchcock war damals ein riesen knaller vögel wenn man heute anguckt okay ja kann man machen muss man aber auch nicht unbedingt aber es war damals ein riesen ding ja mit 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 vögel also 1963 auf jeden fall aber heute am 20 september ist auch ein welttag und zwar aktionstag deutschland deutschland weltkindertag weltkindertag also wenn es wenn es nichts wichtigeres gibt weltkindertag auf jeden fall heute an eure kinder denken und denen was gutes tun und auch mal an andere kinder denken und denen was gutes tun das sind nicht alle kinder die äh eltern haben und denen es gut geht sondern auch mal irgendwie mal was spenden und so ein zeug das machen wir heute okay mal grundsätzlich anfangen kinder zu machen das wäre schon was kinder machen ja kinder machen ist natürlich auch am weltkindertag wenn ich hier waren dann ja auch nicht auch nicht unwahr ja das war der 20 september und wir sehen uns morgen wieder am 21 september bis dahin sage ich cheerio miss sophie ich freue mich wieder wenn der dann wieder mal da ist sehe ich wieder ganz schön schlank aus ja